Also ich glaube, der Prinz wird sogar auch schon wieder spielen wollen, wenn die anderen nicht wehren. Aber da warten wir jetzt noch ein bisschen. Ja, nein, das macht viel mehr Spaß. Schachspielen ist ja besonders am Prinz. Aber die zwei haben echt dasselbe Geräuschstuisse beim Spielen. Das ist genial. Es wird viel geklefft, es wird viel geknurrt, aber alles friedlich. Das ist der Gleichbau, oder? Wie willst du gar nicht? Meiner hat 24, 25. Echt? Immer? Da ist ja der Peppi knapp runter. Ach genau, da wollte ich noch runterziehen. Auch mit Gewichtsklasse. Was fliegt da? Deine? Was fliegt da an? Keine Ahnung. Achtung, haben wir da mal was beschäftigt. Das auch, ja. Nö, nö, so viel nicht. Frau Altmann hat mich angeschaut. Müsste so 26 sein, aber ich bin mir nicht sicher. Weil er musste jetzt ein bisschen abnehmen. Aber 26 hat er, wenn er ein bisschen größer ist, er bin ich schon. Ja, ne. Als 26 hat er auch schon nicht gehabt. Das ist so, ne, da ist ja die Wampen für mich. Guck. Guck. Achtung.